Lieber Robert, einen Tag Bürgermeister sein, was willst du durchsetzen, was willst du machen, ganz konkret? Ich wünsche mir natürlich, dass Meran zur steuerfreien Oase wird, dass die Meraner Bürger keine Steuern mehr zahlen müssen, aber das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. Und so begnüge ich mich oder würde ich mich mit Kleinigkeiten begnügen. Zum Beispiel gibt es eine Straße in Meran, die führt von Sinich in die Stadt und die heißt Via Nationale. Und das wird mit Reichstraße übersetzt. Und da schlage ich vor, entweder wir machen eine Straße für den Benjamin Reich, aber der ist natürlich österreichischer Skifahrer. Nachdem es das Deutsche Reich ja auch nicht mehr gibt, würde ich endlich eine gescheite Übersetzung vorschlagen. Herrlich.